Yo, zuerst neues Video von uns. Ey, wisst ihr was geil war? Wir waren letzte Woche auf dem Video Day. Ein paar von euch haben uns ja gesehen und da zeigen wir euch jetzt mal ein bisschen Footage von dem, was da alles so abgeht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, I know everything you do and everything you did I know everything and everyone you ever did And I didn't even have to ask you No, I didn't even have to care Cause you're your own big brother You're a big girl now Die Aussage. Halt dein Hut auf, weil es ist im alten Kreis. Es ist im Kalt, es ist im Kalt, aber der ein guter. Es steht auch auf dem Trauch, hier ist es kalt. Ja, ich muss um euch. Ja, ich muss um euch. Bitte nicht anschauen, man soll es nicht anschauen. Hier, 500 Euro dazu, dass du es ja nicht anschaut. Wir haben es gerade das Geburtstag, Leute. Das passt, oder? Ja, ich muss zu lange. 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 Ja, ich bin der Donner. Wie hat sich denn euer YouTube-Leben dank des Backsnapen so verändert oder verbessert oder verschlechtert? Nee, nee, viel verbessert. Wir sind viel die größeren Wichser geworden. Den mache ich fertig in Bierzeit. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sehen Sie einen Backsnapenbereich, der eigentlich nicht gefilmt werden kann. Einmal zur Bühne, bitte. Und dann machen wir auch noch etwas anderes an der VidCon. Ja. Servus. Kommst du mal in ein paar Sachen auf Eirisch? Für die Kamera? Ja. Wait, wait. Are you actually German? Ja, ja. Oh, good. Natürlich. Hey, you can actually speak German. Du bist German? Ja, nice, nice, nice. So, 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 so. Say a lot of things of German. Ich muss nicht verstanden. Das ist nicht das Beste. Ich kann dich wieder. Sehr German. Können wir dich wieder? Sure, ja, ja. Because I do have a restraining order against you guys. So, you're not allowed to be here. I would challenge you to drink. I can drink. Oh, you fucked up. I can drink more. Oh, yeah? Yeah, because... Don't drink your piss. Hahaha. Okay. Alright. His girlfriend has to make things. Thanks. Does everything you make taste good? Pretty good. Most of it, yeah. I think in your videos you should, like, say something like, hey, it tastes good. or something. That sucks for your videos, right? You write shit for your videos. Yeah. We got our videos handled, right? No, I could give you some good advice. Yeah? Show me your cock. Okay, no, it's impossible for... Show his. Okay, wait. Hey. Das ist für unseren YouTube-Channel. Das ist für unseren YouTube-Channel. Auf jeden Fall vorbeischauen. Ja. Und Movie Pilot Maniac Mind auch. Hey, wir haben hier hingetroffen. Er ist ein bisschen unbekannt bei uns. Wir sind ein bisschen bekannter, das ist klar. No, I'm sorry. We're playing with... But they will recognize you anyway, so you don't need it. This is plus I manager. So terrible to do. And you let everyone at the bar just kick you in the nuts as far as they can. Yes, that's a traditional American. It's a very fun thing. Leider haben wir auf der VidCon nicht ganz so viele Aufnahmen gemacht, weil ich einen Sonnenbrand hatte. Besonders schlimm war es an meinen Füßen. Und mir zeigt euch jedes Material, wie ich versucht habe, mich hinzustellen oder zu gehen, weil der Sonnenbrand zu schlimm war. So, also ich bin mal wieder hier, weil der Simon euch gern was auf wahnsinnig spektakuläre Art und Weise demonstrieren möchte. Nämlich, wie er denn eigentlich immer so bei uns aus dem Auto aussteigt. Jetzt wird sich der ein oder andere denken, na klar, Tanzbär, was soll daran spektakulär sein? Aber was genau daran so spektakulär sein wird, das seht ihr jetzt. Simon, steig doch mal bitte aus dem Wagen aus und in die Einkaufstüte bitte. Simon, willst du uns bitte erklären, was du da machst? Gehst du gerade aufs Klo? Warte. Und vergiss die Einkaufstüte nicht, Mann, Simon. Jetzt mach mal die Zuschauer, mach mal ein bisschen zu, ey. Es geht ein bisschen besser wie bei der Pharmacy. Äh, bei dem Supermarkt. Shit. Fuck. Bist du verrückt? Bist du verrückt? Bist du verrückt? Ich wollte nur den Zuschauer zeigen. Der Simon hat sein Auto wahnsinnig lieb. Dann hol die Einkaufstüte raus oder wenn du sie in 10 Sekunden nicht draußen hast, mach ich's nochmal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, da ist noch einer mit der Konsole. 2, 1, 2. Nein, nein. Und da ist noch Wasser am Boden. Gib mal das Wasser auf, Simon. Ich hab Angst, dass sie mir die Beine amputieren oder so. Kann man von Sonnenbrand die Beine amputieren? Können die das machen? Ja. Wie ich bereits sagte, der Simon, der kommt aus Bussihausen. Da wo man wegen dem Sonnenbrand, wegen dem lächerlichen Sonnenbrand die Beine amputiert. Ja, wir haben jetzt schon wieder den nächsten Fake Trailer. Freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Peace.